Ah Kevin, das ist vielmehr echt anstrengend. Ich bin echt müde mit Sachen. Ja, ich bin auch müde, ne? Jetzt irgendwie ein Kaffee wäre nicht schlecht, ne? Erstmal ist das Kaffee und ich wahrscheinlich lieber Kakao nehmen. Ja, lass das doch machen, oder was? Ja, einfach. Was ist das denn für ein Gerät? Ist das von Mars? Nee, das ist von Delonghi. Das ist so ein Kaffee-Kapsel-Gerät. Ja, und wie kommt da jetzt Kaffee raus? Wie funktioniert das denn jetzt hier? Das kann ich dir mal zeigen. Ja, so wird's gemacht, ne? Jetzt du. Was du kannst, kann ich nicht mehr machen. Noch Schorten, ne? Was ist das für ein Gerät? Ich kenne die Kaffee. Ich kenne die Kaffee. Das wäre einfach. Ja, wo? Und jetzt kann es jetzt auch noch.